Als erstes ein bisschen Motivation. Es geht um diesen Pokal. Alle her schauen, also hier, diesen Pokal. Die Vereinsmeisterschaft steht an. Das heißt für euch, wir geben heute Vollgas. Wir sind mitten in der Saison, wir müssen besser werden. Also viele von euch, der hier steht, müssen besser werden und das werden wir heute auch schaffen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018